Hallo am Tag der Deutschen Einheit. Die beiden Damen, die wir Ihnen jetzt vorstellen, sind sowas von einer Einheit. Da passt kein Blatt dazwischen. Und sie sind wohl Deutschlands skurrilstes Pärchen. Sabine und Ute Stimmer aus Gelsenkirchen. Sie sind glücklich miteinander verheiratet und haben einen außergewöhnlichen Beruf. Die beiden sind Schrotthändlerinnen. Zwei echte Pfundzweiber. Unsere große Reportage aus dem Herzen des Ruhrgebiets. Ist das Auto der beiden Iron Ladies am Ende wirklich selber Schrott? Und wenn ja, was dann? Schließlich hängt die Existenz des ungewöhnlichen Ehepaars vom Schrott-Sammeln und damit auch vom Schrott-Auto ab. Wie es weitergeht, verraten wir Ihnen in wenigen Minuten. Jetzt geht es erstmal um eine ganze Stange Geld für Sie. 1000 Euro im Super-Zoom. Und der sieht heute so aus. Da kommen Sie drauf. Rufen Sie uns ganz schnell an. Die Telefonnummer ist die 01379 44 22 22. 01379 44 22 22. Und diese Nummer gilt auch für unseren zweiten Preis. Da sind wir wieder am Feiertag mit unseren beiden Schrott-Ladies Ute und Sabine Stimmer aus dem Ruhrgebiet. Und der Frage, ist das Schrott-Auto der beiden Damen etwa wirklich reif für die Presse? Ihre ganze Existenz hängt davon ab. Das geht jetzt weiter mit den Sat.1-Nachrichten und Katja Losch. Ihnen ein ganz schönes Wochenende und einen tollen Abend. Machen Sie es gut, wir sehen uns nächsten Montag wieder. Morgen gibt es auch ein Sat.1-Magazin. Dann mit meiner Kollegin Gaby Papenburg. Bis dann. Bis dann.